Herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Landschaft leben ist österreichischen Lebensmitteln auf der Spur. Wir machen transparent und zeigen transparent her, wie in Österreich Lebensmittel hergestellt werden. Dafür sind wir vor Ort bei den Bauern, bei den Verarbeitungsbetrieben bis hin zum fertigen Produkt, beim Konsumenten, der nachher irgendwo im Lebensmitteleinzelhandel oder auch in der Gastronomie oder in der Gemeinschaftsverpflegung eigentlich versorgt wird. Warum machen wir das? Wir wollen, dass der Mensch ein bisschen mehr den Wert hinter den Lebensmitteln einfach wieder begreifen kann und so durch das, dass er einfach mehr Information hat, wieder bewusstere Kaufentscheidungen treffen kann. Warum darf ich überhaupt über Lebensmittel reden? Also wahrscheinlich wie jeder da herinnen auch oder ich es noch viel mehr wie ich wahrscheinlich sogar. Ich so einfach gerne, habe mich immer mit dem ein bisschen auseinandersetzen müssen natürlich, wie jeder, weil das einfach unser tägliches Brot ist, einfach das, was wir zu uns nehmen, eigentlich unsere Energie ist, so wie wir einfach unseren Tag gestalten. Das ist ganz wesentlich, dass wir wissen, was wir uns dazu führen. Ich war als junges Mädel Leistungssportlerin und habe mich dann sehr früh eigentlich mit Ernährung immer ein bisschen auseinandergesetzt. Jetzt nicht unbedingt mit dem, woher es kommt oder sowas am Anfang, sondern viel mehr mit dem, was macht es mit mir. Und das war immer ganz, ganz wichtig, dass ich das Richtige ist, zum richtigen Zeitpunkt, was ich gerade trainiere und so weiter, will ich Muskelmasse aufbauen, will ich meine Ausdauer verbessern und so weiter. Mit dem habe ich mich einfach sehr viel auseinandergesetzt und habe einfach immer unglaublich viel gegessen, weil ich sehr viel trainiert habe und da hat man ein bisschen einen anderen Tagesumsatz. Und nachdem ich immer viel gegessen habe, habe ich mir gedacht, ich muss mich ein bisschen mehr mit dem auseinandersetzen, woher es auch kommt, wo sie ist. Und als junges Mädel war ich da auch immer wieder mal bei meiner Tante, die ist Bayerin und die hat für mich immer so unglaublich gute Sachen gemacht, die, was mir persönlich immer besser geschmeckt haben fast, wie die, die, was ich sonst daheim bekommen habe. Und dann habe ich mir irgendwann einmal gedacht, wie ich ein bisschen älter war, wie einen alten Freund in Schlaming getroffen habe, der dort Bergbauer ist, dass wir gemeinsam einen regionalen Laden machen, wo man bäuerliche Produkte an einem Ort kaufen kann, wo man quasi jetzt nicht zu jedem einzelnen Bauern fahren will, wo man sowas haben möchte, sondern dass man wirklich an einem Ort das gebündelt kriegen kann. Und so haben wir das nachher gemacht und haben 2012 einen Bauernladen quasi in Schlaming eröffnet und haben da jetzt mittlerweile über 400 Produzenten, die uns da mit Köstlichkeiten quasi beliefern. Und wie wir das gestartet haben 2012, haben wir gleich einmal gemerkt, dass die Menschen sehr wenig wissen über Lebensmittel. Das heißt, dass grundsätzlich einfach sehr oft über den Preis entschieden wird, wenn was konsumiert wird und nicht unbedingt über das, was das Lebensmittel ausmacht. Das war sehr erschreckend eigentlich für uns, dass viele Menschen überhaupt keinen Bezug mehr haben, also dass man überhaupt zum Beispiel nicht mehr weiß, warum gibt ein Parcours überhaupt eine Milch und so weiter, die Zusammenhänge überhaupt nicht mehr kennt und eben nur den Preis als dies hernimmt, wo man nachher eben kauft oder nicht kauft. Wir haben nachher irgendwann überlegt, wir müssen da ein bisschen mehr Bewusstseinsbildung mit unseren Kunden betreiben, also wir müssen die wirklich, wir müssen denen erzählen, die Geschichte dahinter, wie wird das eigentlich produziert und so weiter. Und da hat man gemerkt, dass der Mensch auf einmal schon angefangen hat, durch die Geschichte oder durch das Wissen dahinter, andere Entscheidungen zu treffen und einfach zu verstehen, das ist ja voll interessant, was da dahinter steht und durch das eigentlich hat das einen anderen Wert für die Leute gekriegt. Und wir haben das eben betrieben und nach einem halben Jahr ungefähr, haben wir in der ZIP eine Meldung vom dortmaligen AK-Präsidenten gehört, der gesagt hat, es ist völlig wurscht, woher die Lebensmittel kommen, Hauptsache sie sind billig. Und dann haben wir das erste Mal uns gedacht, das passt mit unserem Tun jetzt überhaupt nicht zusammen und wir verstehen überhaupt nicht, wie man so eine Aussage tätigen kann. Dass man sagt, es ist voll wurscht, wo die Lebensmittel herkommen, Hauptsache sie sind billig und Herren, Frau Österreicher haben den Zugang zu die billigen Lebensmitteln. Und so haben wir uns gedacht, wir müssten eigentlich das viel größer ansetzen, also wir können das nicht über unser Geschäft eigentlich in die Breite tragen, sondern wir müssen das viel größer ansetzen, dass man einfach einmal sagt, was steht denn dahinter, kann man das überhaupt wieder fassen, ist uns das wert. Und wir haben uns dortmals nachher mit anderen Handelsbetrieben unterhalten, weil wir uns einfach gedacht haben, das ist eigentlich spannend, wie die das sehen, wie die die Zukunft der österreichischen Lebensmittel und Landwirtschaft sehen. Und auch mit Verarbeitungsbetrieben, mit größeren bei uns in Schladming, da gibt es größere Mulkereien auch natürlich rundherum, weil sehr viel Milchwirtschaft betrieben wird. Und da haben wir uns mit denen alle unterhalten und sind irgendwann einmal zum Punkt gekommen, dass es, dass einfach das, was in den letzten Jahren quasi betrieben worden ist, Geld ist geil und billiger ist besser und Aktionen, Aktionen, dass das voll durchgedrungen ist und dass der Mensch einfach nicht mehr fassen kann, was wirklich dahinter steht. Wir haben dann mit Konsumenten gesprochen und einfach abgeholt, wie sehen sie eigentlich die Landwirtschaft oder wie sehen sie Lebensmittel und so weiter. Und da ist sehr oft herausgekommen, dass entweder ein bisschen ein werbliches Bild, wo man wirklich die Landwirtschaft auch so sieht, wie man es oft in der Werbung einfach auch wahrnimmt, wo noch mit der Hand gemolchen wird, wo ein paar Generationen am Hof sind, wo vielleicht auch noch fast ein Schweinderl herumläuft, das reden kann. Oder wir haben dieses andere Bild, das ist das, wo man irgendwelche Dokumentationen im Kopf haben, wo man vielleicht auch einfach Skandale gesehen haben, sehr oft ist da als deutsche Fernsehen quasi auch zitiert worden, wo man vielleicht irgendwas gesehen hat, ein schwarzes Schaf wieder einmal richtig gut präsentiert worden ist und man einfach noch ein Desbüte im Kopf hat von Massentierhaltung, von toten Tieren, die einfach ausgeschoben werden und so weiter. Also das sind die extremen Bilder und so richtig wahrnehmen, wie es eigentlich ist, das tut man fast gar nicht mehr. Und wir haben uns dann eigentlich zum Ziel gesetzt, dass wir eigentlich genau das dazwischen, wir wollen das dazwischen wieder herzeigen, weil erst dann, wo ich wirklich wieder weiß, wie es hergestellt wird, habe ich einen Bezug zu dem Ganzen. Warum ist uns das so wichtig und da möchte ich dir eine kurze Anekdote aus meinem Leben erzählen und zwar, ich war, wie mein Sohnemann zwei Jahre alt war, bin ich Milch holen gegangen, also bei uns, ich bin im Lunga verheiratet, da ist es so, dass man die Milch auch noch beim Bauern direkt holen kann. Und wir sind Milch holen gegangen und ich habe meinen kleinen Buben dabei und komme rein in den Stall und der Bauer hat gerade Kaube gezogen, also das ist, wenn eben die Kuh Kaube, also ein Baby kriegt und die Vorderviers sind ein bisschen rausgestanden, irgendwas hat sich verhackelt und er hat gesagt, Maria, hilf mir, du musst mir da helfen, ausziehen. Bin ich hin, habe mir gedacht, was du jetzt, mein kleiner Bub steht da und ich habe gesagt, du bleibst da stehen und habe da mitgeholfen und in kürzester Zeit war eigentlich das Kaiberl auch hier raus, so ein Kaiberlstrick rund um die Vorderviers da und dann haben wir gemeinsam angezogen und das war eigentlich nachher ein relativ rascher da und dann habe ich meinen Kleinen angeschaut und habe mir gedacht, oh Gott, der wird jetzt paralysiert sein, ist sein ganzes Leben wahrscheinlich irgendwie gestört und er hat nichts dergleichen da, ist dann hingegangen zum Kaiberl, hat das gleiche da, was der Bauer da hat, hat eine Stroh genommen und hat das Kaiberl abgerieben und dann sind wir heimgegangen wie zwei und ich habe dann ein bisschen geredet mit ihm und er, ja, Marc, Kaiberl und hat halt nur eigentlich positiv davon geredet und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, das ist eine Axt, den würde mir jetzt wahrscheinlich einen Zweijährigen nicht zumuten und er hat das angeschaut und hat sich eigentlich jetzt nicht wirklich was gedacht dabei. Ich habe das danach, war das so, wie ich von meinem zweiten Sohn schwanger war, habe ich das nie erklären müssen, wie das Baby aus mir rauskommt, das hat er da eigentlich schon gewusst. Das Einzige, was ich dann wissen wollte natürlich, wie kommt das rein? Und das haben wir uns dann auch irgendwann einmal angeschaut, eine Besammung und auch, bei uns gibt es einen Stier in Lässach, wo auch wirklich die Bauern quasi mit einer Kühe hingegangen und da zulassen und dann haben wir uns das auch später einmal angeschaut und ich habe mir gedacht, er ist eigentlich für mich so der, wo ich ein bisschen was ausprobieren kann und wir haben wir haben 2016 noch ein Schwein veröffentlicht und wir zeigen ja von der Züchtung über die Most bis hin zur Schlachtung alles her, dann auch noch weiter sogar, eben wie verpackt wird und so weiter bis zum Konsumenten und ich habe mir gedacht, das schaue ich mir jetzt mit einem an und da war er fünf und da habe ich mir gedacht, ja das teste ich jetzt einmal ab, wie es ihm da geht eigentlich. Er ist ein leidenschaftlicher Fleischesser, also mein Sohn, der würde am liebsten sieben Tage die Woche Fleisch essen und ich habe mir gedacht, das was wir da eigentlich machen, ist das, dass wir den Menschen wieder zeigen wollen, was dahinter steht und wir wollen, dass sie den Wert fassen können und ich wollte irgendwie, wenn jemand wie mein Sohn Fleisch isst, dass er weiß, dass da ein Tier sterben muss. Das weiß er, das habe ich ihm erklärt vorher und dann haben wir uns das angeschaut und dann war es so, dass ich nachher mit ihm geredet habe natürlich und habe gesagt, du, wie war das jetzt für dich, wie schaut es jetzt aus, willst du noch Fleisch essen? Und er sagt, es war blutig und es ist aber so, Mama, ich will Fleisch essen, aber was ich nicht mehr will, ist eins weghauen. Und dann habe ich mir gedacht, genau das ist eigentlich der Punkt, wenn wir uns bewusst machen, was dahinter steht, nachher werden wir nicht mehr so leichtfertig umgehen mit den Dingen, sondern werden es so hernehmen und ihnen einfach einen Wert geben. Und das war also für mich der Punkt, wo ich gewusst habe, wir dürfen einfach viel mehr aussehen, wir dürfen einfach viel mehr den Kindern und den Jugendlichen zumuten, dass sie einfach die Dinge so sehen, so wie sie sind und durch das können sie es nachher einfach, glaube ich, besser greifen und auch besser zuordnen und für sich einfach bewusstere und klarere Entscheidungen treffen. Das führt mich schon zu dem, wie wir eigentlich arbeiten, also Landschaft leben. Und wir haben dann gestartet 2014 mit unseren Vereinen, haben wir mal zwei Jahre lang drei Lebensmittel recherchiert. Und zwar war das die Milch, der Apfel und das erste tierische Dortmund, das ist Huhn. Und wir gehen in der Recherche so vor, dass wir uns ganz genau den ganzen Herstellungsprozess quasi anschauen. Also wir reden mit die Bauern, reden mit die Verarbeitungsbetriebe und da mit Querbeet Österreich. Wir wollen einfach herzeugen, wie in Österreich durchschnittlich produziert wird. Also es ist nicht so, dass wir einen Paradebetrieb herzeugen wollen und auch kein schwarzes Schaf. Wir wollen einfach das herzeugen, wie es ist, dass man einfach wieder einen Bezug zu dem kriegt, dass man einfach weiß, dass man nicht mehr mit der Handmüll möchte, sondern dass man wirklich auch einen Milchroboter oder einfach eine Milchmaschine zum Beispiel hernimmt, wo ich jetzt bei der Milch bleibe. Und wir schauen uns aber nicht nur, also wir reden da mit allen Akteuren, die da beteiligt sind jetzt in der Produktion, aber natürlich auch mit Wissenschaft, mit Universitäten, mit der AGES, mit der AMA, mit allen Interessensvertretern und so weiter, weil einfach ganz wichtig ist, dass man die ganzen Sichtweisen einfach einmal einnimmt. Wenn man da nämlich überall mal dahinter schaut, dann kommt man auch irgendwie drauf oder Verständnis, kann man für die Dinge erst kriegen, wo man verstanden hat, warum sie es eigentlich machen, gewisse Sachen. Und wir wollen ja aufzeigen, warum wir oder wie wir die Dinge machen. Und das müssen wir natürlich zuerst einmal verstehen, dass man es überhaupt aufzeigen kann. Das ist einerseits der Bereich, dann haben wir auch noch einen gesundheitlichen Bereich dabei. Wir haben jetzt eine Diätologin, die bei uns den ganzen Gesundheitsbereich von dem Lebensmittel mittlerweile aufarbeitet. Das haben wir am Anfang nicht gehabt, am Anfang haben wir uns einfach nur einmal die Landwirtschaft angeschaut. Aber das ist ein ganz wesentlicher Punkt natürlich, weil das eines der wichtigsten Dinge ist jetzt für den, der was konsumiert, ja grundsätzlich mal der Eintritt und nachher auch das vielleicht, was dahinter steckt. Wir erarbeiten das und meistens ist das dann ein Konvolut. Beim Schwein zum Beispiel waren das über 500 Seiten. Und das komprimieren wir nachher so ab, dass so ungefähr 50 Seiten werden. Und das findet man nachher auf unserer Webseite wieder, inhaltlich. Und es gibt, wenn wir Lebensmittel recherchiert haben, das erlaube ich mir jetzt zu behaupten, kein anderes Medium irgendwie, was so tief und so umfassend über Lebensmittel quasi, über die Lebensmittelproduktion von dem Lebensmittel recherchiert hat, beziehungsweise das auch publiziert. Das heißt, man findet da einfach alles zu dem Lebensmittel. Wir haben uns nachher überlegt, man kann nicht nur vielleicht das in Inhalte, in Texte verfassen, weil man braucht vielleicht einfach ein bewegtes Bild natürlich dazu, Fotos allein reichen da nicht aus. Wir haben zu jedem unserer recherchierten Lebensmittel mehrere Episoden, wo man wirklich von der, wie ich zuerst gesagt habe, von der Züchtung über die Most bis hin zur Schlachtung und so weiter einfach wirklich herzeigt, wie schaut es da aus in Österreichs Betrieben. Wie wird das gemacht? Was haben wir für ihre Zugänge und so weiter? Und das gilt natürlich jetzt nicht nur für tierische Produkte, natürlich pflanzliche Produkte. Da schauen wir uns an, die Zucht vom Saatgut bis hin nachher zur Ernte und so weiter und auch zur Weiterverarbeitung. Und das zeigen wir her und da haben wir mittlerweile 15 Lebensmittel erarbeitet. Das letzte Lebensmittel, was wir gemacht haben, war die Kartoffel. Da habe ich mich auch sehr gefreut, dass wir das machen. Ich habe nämlich dort, als wir gestartet sind mit Landschaft leben, das war so erklärtes Ziel. Die Kartoffel müssen wir unbedingt machen, weil da war gerade eine Umfrage mit 509-Jährigen, die befragt worden sind, wo die Kartoffel wächst in der Erde am Strauch oder am Baum. Und 95 Prozent haben gesagt am Strauch oder am Baum. Und da habe ich mir gedacht, da will ich einfach irgendwie was machen. Ich will, dass man wieder einen Zugang hat, dass man irgendwie leicht zu der Information kommt, dass man nicht unbedingt irgendwo am Land aufwachsen muss, wo man vielleicht sogar ein Bauernkind sein muss, dass man das richtig weiß, sondern dass man einfach, dass für jeden der Zugang da ist. Und da haben wir uns die Kartoffel angeschaut. Und anhand der Kartoffel möchte ich Ihnen jetzt kurz zeigen, wie wir unsere Webseiten aufgebaut haben, dass man sich da zurechtfindet. Also wir haben grundsätzlich die Lebensmittel, die wir bisher erarbeitet haben, da in der Übersicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in die Kartoffel einige, dann finde ich da alles über die Kartoffel quasi. Überblick einmal so generell, wie in Österreich Kartoffel produziert werden. Daten und Fakten, das sind Infografiken, wo wir auch immer empfehlen, dass man das als Lehrer voll gut verwenden kann natürlich. Wir haben da verschiedenste Infografiken zu verschiedenen Aussagen eben. Wie viel zum Beispiel wir in Europa Kartoffeln produzieren, genauso wie wo ist in Europa der größte Kartoffelerzeuger. Das ist zum Beispiel Polen, wie viel erzeugen wir, also auf wie viel Hektar zum Beispiel, 21 Hektar und verschiedenste Thematiken werden da im Herzeug. Zum Beispiel haben wir in Österreich eine Selbstversorgung bei der Kartoffel von 87 Prozent, wobei die hauptsächliche Produktion in Niederösterreich ist zum Beispiel. Welche Arten von Kartoffeln, beziehungsweise wie viel wird für Speise hergenommen, haben wir für die Stärkeindustrie, wie eine Kartoffel verwendet und so weiter. Und sich eine Dinge zeigen wir da her. Das gibt es von jedem Lebensmittel, gibt es so eine Art von Übersichten, die man sich natürlich bedienen kann. Besonderheiten in Österreich, wir haben eine eigene Züchtung zum Beispiel bei den Kartoffeln. Dann verschiedene, die heimischen Sorten, es werden die Sorten generell natürlich erklärt, im Detail, welchen Bio-Unteil, das wir in Österreich haben. Dann eigene Stärkeproduktion zum Beispiel. Da möchte ich Ihnen auch kurz zeigen. Wir haben da so einen kleinen, zum Beispiel bedienen wir natürlich auch die sozialen Medien und da haben wir so einen kleinen, für Instagram haben wir den verwendet, eigentlich hauptsächlich auch, dass der Mensch eigentlich wieder mal konfrontiert wird, wo habe ich denn überall eine Kartoffel sogar drinnen. Das zeige ich Ihnen jetzt kurz. Ich hoffe, wir haben da auch lautstellt. Also so kann man das auch spielerisch quasi über die sozialen Medien eben ein bisschen bedienen. Wir haben dann eben noch zusätzlich, also wirklich die Inhalte zu dem quasi, kann man sich auch überall nachlesen, wenn man da ein bisschen tiefer gehen will. Das ist einfach einmal so ein bisschen was, wo man ein paar Leute aufmerksam machen kann, auf das, für was wir eigentlich Kartoffeln verwenden. Dann haben wir die Rubrik im Videos, wo wir die einzelnen Episoden der ganzen Herstellung zeigen. Der Kartoffel ist alles können, nicht nur zum Essen eben, im Supermarkt, was wird eigentlich draus gemacht, Chips, Bommes und so weiter, Schälkartoffeln und so weiter. Also was wir da in der Saat quasi machen. Dann Anbau und Ernte, der ganze Prozess, wie wächst die Kartoffel, wo wächst sie überhaupt, bis hin eben zur Ernte und Lagerung, Keimhemmung und alle Themen. Also wir lassen da auch keine kritischen Themen aus. Also wir schauen uns da wirklich alles an. Und jedes kritische Thema, was zum Beäugeln ist, das machen wir. Und da gehen wir ganz tief, weil wir vor allem diese Dinge einfach transparent machen wollen. Und das ist oft gar nicht so einfach, dass man wirklich zu dem hinkommt, was wirklich ist, weil man einfach schon viel vorgefasste Meinungen hat. Ich habe auch in den letzten Jahren, wo ich mich mit dem auseinandersetzen habe, immer wieder meine eigene Meinung, wo ich mir hundertprozentig sicher war, dass das so ist, die was auch durch verschiedenste Medien natürlich beeinflusst oder verschiedenstes Wissen immer wieder überdenken dürfen und einfach sehen dürfen, dass, wenn man nochmal tiefer geht, dass man halt doch einen anderen Blick auf die Dinge kriegt. Genau, also es gibt je nachdem, wie umfangreich ein Lebensmittel ist, bis zu acht Episoden. Zum Beispiel eben bei der Kartoffel sind das dann vier. Da kommt ein Boden- und Pflanzenschutz noch dazu. Das ist sehr oft ein Thema natürlich, das wir auch ganz gut ausgearbeitet haben, wo man einfach nachher nochmal ein Bild machen kann, das eben nicht gefärbt ist, sondern einfach einmal die Faktenlage sich aneignen kann. Genau, und dann haben wir natürlich den Bereich auch dabei, der Gesundheitsaspekt quasi auch grundsätzlich oder das, wie verwende ich eigentlich die Kartoffel richtig und so weiter. Das ist auch, finde ich, ganz spannend. Das haben wir auch drinnen in den Tipps quasi, wo wir zum Beispiel auch darüber schreiben, wie soll es am besten aufbewahren daheim, was tue ich mit den keimenden Kartoffeln, darf ich die noch essen oder nicht. Also sicher die Themen, wo Sie sicher ein Fachgebiet quasi haben, die greifen wir da auch auf und bringen es einfach den Konsumenten auch näher. Wie schaffen wir das? Also wir versuchen, dass wir eben über soziale Medien, über unsere Kanäle das einerseits machen und andererseits haben wir in den letzten eineinhalb Jahren eigentlich sehr gute Medienkooperationen in dem Sinn, dass einfach viel Printmedien vor allem gesehen haben, dass wenn ein Lebensmittel von uns ausgearbeitet worden ist, dass man da wirklich auf fundiertes Wissen zugreifen kann und sie sich dann eigentlich nicht in eine Recherche reinstürzen müssen, sondern auf unser Wissen bereits zugreifen können und nachher nicht auf ein Halbwissen quasi aufbauen, in der eine Geschichte draus machen, sondern auf wirkliche Fakten. Und deshalb haben wir in den letzten eineinhalb Jahren über 900 Presseinhalte quasi liefern können und das ist für uns natürlich auch sehr wertvoll. Wir sind sehr viel im ORF zum Beispiel, bei ORF konkret oder Thema mit unseren Inhalten, wo wir eben immer genau diese Inhalte quasi publizieren. Uns geht es da nicht so um das, wie Landschaft leben, der Verein an und für sich, dass der nach außen dringt, sondern für uns sind die Inhalte das Wesentliche. Genau, also da sind verschiedenste Tipps. Nachhaltigkeit haben wir dann die Rubrik immer noch, wo wir jedes Lebensmittel unter ökologischen und ökonomischen Aspekten zum Beispiel betrachten, gesundheitliche Aspekte und da haben wir nachher noch eine eigene Rubrik Gesundheit, wo wir dann eben auch wieder Infografiken dazu haben, wie Kartoffeln eigentlich aufgebaut sind, wie viele Kartoffeln sollen wir eigentlich am Tag essen, machen Kartoffeln dick, da werden wir sehr oft die Dinge bearbeiten, die so abgefragt werden. Also wir machen immer so Umfragen vorher, was interessiert euch eigentlich zu dem Lebensmittel und da kommen eben genau sichere Fragen, machen Kartoffeln dick und das beantworten wir da eben. Dann die Stärke ist ein Thema gewesen da, genau. Und wie man Anwendungen einfach bei der Kartoffel hat. Genau, halten Kartoffeln länger satt zum Beispiel war so eine Frage. Dann haben wir den Bereich der Herstellung auch noch, der Weg zum Konsumenten, eben die Stärkeproduktion von der Aussaat bis zur Ernte, wo man sich einfach in jedem Bereich einfach noch mal ganz tief einigen kann. Das ist quasi zum Lebensmittel, wie das aufgebaut ist. Wir haben auch noch Bereiche, die wir bearbeiten, die einfach quasi lebensmittelübergreifend sind, die immer wieder aufpuppen, wo man einfach sehr viel Halbwissen herumschwirrt. Das ist zum Beispiel die Genschere oder ein ganz, ganzes brisantes Thema, natürlich auch Glyphosat, also mal in einer Perspektive heraus betrachtet, ohne das zu werten, einfach mal zu schauen, wie wenden wir das in Österreich an, für was wenden wir das an, was gibt es eigentlich schon für ihre Studien, zu den ganzen Aussagen, was es medial gibt und so weiter. Und das ist, glaube ich, auch mal ganz, also kann man sich, kann sich jeder mal gern anschauen, ist einfach mal was, wo man ein bisschen tiefer in die Materie gehen kann, ohne gleich beeinflusst zu werden, in irgendeine Richtung gehen zu müssen. Wir haben uns auch unter anderem zum Beispiel die Großküchen angeschaut. Also das sind alle Gemeinschaftsverpfleger, die zum Beispiel Kindergarten, Schulen, Krankenhäuser und so weiter. Wir haben uns das deshalb angeschaut, weil vier Millionen Menschen täglich außer Haus essen. Und wir haben das eigentlich sehr spannend gefunden, weil wir haben das oft dann sozusagen gar nicht immer in der Hand, was wir essen. Und diese Thematik, dass so viele Leute außer Haus essen, das war für uns einfach ganz, ganz wichtig, weil dann auch ganz wichtig in unserer Kommunikation ist, dass man da mal nachfragt vielleicht, was im Essen auch drinnen ist. Es ist so, dass man in der Gastronomie, also beim Einkaufen zum Beispiel, schaut man sehr oft, woher kommt das, was ist drinnen und so weiter. Aber wenn ich nachher im Gasthaus bin, ist es oft wieder mal egal, was ich, oder ich frage zumindest nicht nach. Und wenn ich es nicht weiß, dann weiß ich es halt nicht. Und wir sagen halt einfach ganz bewusst, dass wichtig ist, welche Konsumentscheidungen wir treffen. Und das ist jetzt nicht unbedingt nur aus gesundheitlicher Sicht, sondern das ist aus gesamtheitlich-ökologischer Sicht zum Beispiel auch ganz wichtig, beziehungsweise auch für unseren Lebensraum einfach wichtig. Weil wir mit jedem Griff quasi im Supermarktregal, wo wir was auszuholen, eigentlich einen Produktionsauftrag erteilen in einem Land. Und wenn wir sagen, das soll in Österreich sein, dann hat das eine gewisse Wirkung natürlich auf Österreich. Wir haben in Österreich gewisse gesetzliche Rahmenbedingungen, was das Tierwohl betrifft, was Ausbringung vom Pflanzenschutz betrifft, was Düngung betrifft. Aber auch soziale, beziehungsweise Sicherheitsaspekte, die, was wir eigentlich abdecken in Österreich. Und immer, wo ich mich für ein österreichisches Produkt entscheide, ist es eigentlich so, dass ich auch gleichzeitig das Ganze natürlich mitkaufe oder eben nicht kaufe. Und wenn ich meinen Produktionsauftrag woanders hingebe, in ein anderes Land, habe ich vielleicht nicht die Einflussmöglichkeit natürlich dort, wie dort die Rahmenbedingungen sind, aber in Österreich habe ich es. Und da möchte ich dir gerne ein Beispiel geben von der Butte, weil ich das immer sehr spannend finde. Ich habe das auch früher voll gerne gegessen, im Gasthaus vor allem. Ein Buttenstreifensalat, das war wahrscheinlich auch so früher in den 90er Jahren oder Anfang 90er Jahre, 80er Jahre, so ein gesundes Essen. Und ich habe mir jetzt bei der Butten, wie wir uns die Butten angeschaut haben, hat mir das natürlich ein bisschen die Augen geöffnet, wie das Ganze ausschaut. Und in Österreich ist es so, dass wir ganz, ganz strenge Tierwohlmaßnahmen da eigentlich gesetzt haben, die weit über denen sind vom Ausländischen. Nämlich, wir haben in Österreich eine Besatzdichte bei der Butte von 40 Kilo pro Quadratmeter. Also, wenn man sich den Quadratmeter da so vorstellt, 40 Kilo, eine Butten hat ungefähr so 20 Kilo, wenn es geschlachtet wird nachher, dann weiß man, das ist schon ganz eng, würde ich mir mal vorstellen. Oder zumindest, ja, so, dass man halt noch gut da stehen kann. Aber im Ausland ist das bis zu doppelt, die Besatzdichte. Also, wir haben 40 und bis zu 70, 80 Kilo pro Quadratmeter geht, das bei der ausländischen Butte. Und wir haben diese Maßnahme natürlich getroffen in Österreich, um weniger Medikamenteneinsatz zu haben und um einfach das Tierwohl quasi zu fördern. Das ist uns auch gelungen, nur es ist so, dass wir vor einigen Jahren noch über 50 Prozent Selbstversorgung gehabt haben. 2016 waren wir nachher auf 46 Prozent. Mittlerweile sind wir unter 30 Prozent Selbstversorgung, was die Butte betrifft. Wir essen aber eigentlich ziemlich konstant das Buttenfleisch weiter, vom Verbrauch her. Und haben aber trotzdem gleich weiter gegessen. Aber im Endeffekt haben wir das österreichische Nämmer gekauft. Wir haben dann einfach das österreichische Nämmer so konsumiert, weil wir einfach gesagt haben, es ist teurer. Also wir haben, gerade in der Gastronomie und so weiter, ist das natürlich schon maßgeblich, wo ich jetzt wesentlich mehr zahle. Und warum ist teurer? Warum kostet das mehr? Natürlich, wo ich mehr Tierwohl habe quasi, wo ich eine andere Haltung habe. In dem Sinn, das kann sich jeder ausrechnen, wo wir doppelt die Besatzdichte eigentlich haben, dass man dann natürlich weniger Kosten produziert. Und die Kosten sind da natürlich ein Faktor. Und wenn ich nachher bedenke, dass ich eigentlich, wenn wir jetzt gleich das Fleisch weiter essen, nur weniger österreichische Wohr essen, nachher bedeutet das, dass wir eigentlich das Tierwohl grundsätzlich eigentlich verbessern wollen, aber allalong eigentlich in Wirklichkeit verschlechtern, weil die Rahmenbedienungen ja von der ausländischen Butter eigentlich schlechter sind, wenn wir den Selbstversorgungsgrad eben so minimieren. Und das passiert eben genau deshalb, weil der Mensch nachher ökonomisch denkt quasi und sagt, naja gut, wenn das jetzt so viel billiger ist, dann greife ich lieber zum billigeren ausländischen Produkt. Und das ist bei der Butter halt ganz extrem, gerade in der Gastronomie. Wir haben in der Gastronomie eigentlich fast gar keinen Buttenanteil mehr. Der ist ganz, ganz minimal inländischen. Also es ist eigentlich fast nur mehr ausländische Butter auf den Tellern, wenn man gastronomisch eben isst. Und das, finde ich, ist ganz ein wesentlicher Punkt, dass man einfach einmal sich das überlegt, welche Rahmenbedienungen wir eigentlich setzen und ob die Rahmenbedienungen nachher zu dem zusammenpassen, mit dem zusammenpassen, wie wir eigentlich unser Konsumverhalten haben. Das heißt, würden wir dann uns entscheiden, dass wir nachher wirklich unseren gesetzlichen Rahmenbedienungen entsprechend auch konsumieren würden, und dann wäre ja das perfekt, weil dann sagen wir, wir machen mehr Tierwohl und wir essen dann dementsprechend. Aber wir sind auch draufgekommen, dass zum Beispiel auch in der Gemeinschaftsverpflegung, in der öffentlichen Beschaffung zum Beispiel, genauso die gesetzlichen Rahmenbedienungen oft unterlaufen werden. Das heißt, wenn beschafft wird, und es ist halt die Butten um mindestens zwei, drei Euro billiger, dann wird halt die ausländische Butte oft genommen und nicht die österreichische. Und somit ist es eigentlich so, dass wir auch in der öffentlichen Beschaffung oft unsere eigenen Gesetze eben nicht einhalten. Und da dürfen wir mal hinschauen, dass man einfach wirklich einmal beachtet oder betrachtet, ob das so richtig läuft oder ob wir da vielleicht nicht ganz am richtigen Weg sind. Wir haben jetzt bei der Butte einerseits, das ist ganz spannend, zum Beispiel, wenn man im Gasthaus isst, eine Portion, wo man Schnitzel isst, nachher kostet die österreichische Butte am Teller um 70 Cent mehr, wie die ausländische Butte. Beim Schwein zum Beispiel sind das 10 Cent mehr pro Portion. Beim Rind sind es 20 Cent mehr und beim Huhn sind es 50 Cent mehr. Und mich würde jetzt interessieren, ob irgendwer oder wie viele Leute da herinnen bereit wären, keine Ahnung, bis zu einem Euro vielleicht, mehr zu zahlen für österreichische Qualität oder eben nicht. Das waren wir, genau. Jetzt brauchen wir nur noch wissen, wo unser Essen herkommt. Das ist nämlich genau der Punkt, wir wissen es oft nicht, weil wir einfach im Gasthaus nicht nachfragen. Und da denke ich mir, das ist auch ein Aufruf an Sie, alle, die in der Bildung tätig sind, dass man einfach wirklich einmal auch den Kindern und Jugendlichen einfach sagt, fragt Sie nach, woher Ihr Essen ist. Und ich weiß, wie wir da angefangen haben, unser Team ist immer ins Gasthaus gegangen und habe gefragt, woher ist das Händel? Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung, muss ich mal fragen gehen. Nachher sind es rein in die Küche, ja, beim Metro haben wir es gekauft. Ja, nein, ich möchte wissen, aus welchem Land, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Und wir haben das dritte Mal dort waren, auf einmal haben sie es dann gewusst. Dann haben sie genau gewusst, woher das kommt. Oder es war oft so, einmal war eine ganz lässige Rückmeldung, wie ich gefragt habe, wo das Fleisch her ist, und dann hat er gesagt, aus der Küche. Das gibt es auch. Aber wenn man da Nachfragen anfängt, dann ist das, das ist jetzt nicht nur irgendwas, natürlich ist man am Anfang einmal lästig und vielleicht haut er die eh raus, wenn man zu lästig ist, aber es fängt einfach, der Wirt da selber einfach einmal zum Nachdenken an. Okay, die wollen das wissen, warum wollen die das wissen? Bis jetzt hat das keiner wissen wollen und ich habe eigentlich immer nur bestellt und habe da geschaut nach dem Preis oder so irgendwas und habe eigentlich mir gar nicht Gedanken gemacht, ob das jetzt aus Frankreich ist, das Hundel, Händel oder aus Polen oder aus Ungarn oder aus Österreich, das war für mich nicht relevant. Und wenn auf einmal Leute zum Fragen anfangen, ist es auf einmal nachher relevant. Und dann kann sich da in der Branche natürlich auch was ändern. Es ist so, dass mit 2020 wird in Österreich eine Kennzeichnung eingeführt und zwar einmal im Gemeinschaftsverpflegungsbereich für die Hauptkategorien Fleisch, Milchprodukte und Eier. Und das wird sicher zum nächsten gleich führen, also das wird eh auch kommen, bei den verarbeiteten Produkten. Und dann in weiterer Folge hoffen wir natürlich oder nehme ich mir an, dass das der nächste Schritt sein wird, dass das nachher in der Gastronomie auch kommen wird, dass man einfach irgendwann einmal dazuschreiben muss, woher die Sachen kommen. Andere Länder zeigen uns das bereits schon vor, in der Schweiz und so weiter gibt es das ja schon, dass man einfach auch wirklich weiß, woher kommt das. Warum ist das so wichtig, dass wir wissen, woher das kommt? Für mich ist es so wichtig, weil ich mir denke, wir können heute jetzt, in dem Augenblick können wir die Zukunft gestalten. Und wenn wir aber kein Wissen, wenn kein Wissen dahinter liegt, können wir die Zukunft zum Beispiel von der österreichischen Lebensmittelproduktion nicht mitgestalten, weil wir einfach das gar nicht dahinter sehen, was da eigentlich dahinter liegt. Und ich glaube, wir haben schon die Pflicht auch, dass wir in der Zeit jetzt einfach schon proaktiv unsere Zukunft gestalten dürfen. Und ich glaube, die Jugend, die zeigt uns das jetzt eh, dass sie das auch wollen, jetzt aus ökologischer Sicht genauso. Und für mich ist es immer so, der Zusammenhang hat lange bei mir auch geführt. Und ich glaube, bei vielen Menschen fehlt der, dass wir eigentlich, wenn wir jetzt in Österreich produzieren, zum Beispiel, wenn ich jetzt bei Milch oder Rind bleibe, dass das in Österreich was bewirkt mit der Landschaft zum Beispiel. Wir haben den Lebensraum zum Beispiel, wo ich lebe, da ist halt hauptsächlich Milchwirtschaft, wenn es da im Lungau zum Beispiel, da ist eine starke Absiedlung, wenn es da keine Bauern mehr gibt, dann wird das wahrscheinlich alles zuwachsen, irgendwann, es wird keinen Tourismus mehr geben und so weiter. Und das hat einfach Folgen. Und die Folgen, die gestalten wir, jeder Einzelne von uns, du und ich, wir gestalten das mit jeder Konsumaktion, die was wir tätigen eigentlich mit. Das ist jetzt, das ist nicht nur Lebensmittel natürlich, das geht darüber hinaus. Aber für das Lebensmittel jedenfalls ist es so, dass wir mit unserer Kaufentscheidung im Augenblick, das was wir dann, dass das eigentlich die Zukunft schreibt und gestaltet. Und wenn man das hinaustragen kann, glaube ich, gerade als Pädagoge, mitgeben kann, dass man eigentlich nichts Unbewusstes macht, sondern dass man einfach bewusste Handlungen setzt und mit jeder Handlung, die man setzt, einfach aktiv seinen Lebensraum gestaltet. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr stark. Und mir macht das immer so kraftvoll, wenn ich das so spüren, vor kurz, dass ich die Macht habe. Weil, und das glaube ich, hat jeder immer mal, wenn er so Entscheidungen trifft. Und es ist so, dass wir sehr oft glauben, dass wir eben nie die Macht haben, dass wir als Opfer sind, dass wir nie gestalten können, dass uns die großen Konzerne sagen, was wir essen müssen und dass wir eigentlich eh das nicht kriegen, was wir wollen. Aber im Grunde ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel den Lebensmittel-Inzelhandel hernehme, da wo wir hingreifen und uns was ausnehmen, genau das wird nachgelegt. Und das ist die Macht, was wir haben. Wenn wir da nicht schauen, weil wir sagen, es ist wurscht, es ist egal, ob es da morgen noch einen Bauern gibt und mir ist eigentlich eh wurscht, ich möchte eh lieber in den Wald, dass alles zuwächst, das wäre eh schön. Dann wäre das auch schon wieder eine bewusste Entscheidung und auch in Ordnung. Aber wenn ich nicht weiß, wenn ich eigentlich zu irgendwas greife, nur weil es billig ist und dann sage ich, warum wächst es denn da zu und ich möchte eigentlich da auf Urlaub fahren und warum ist das so, nachher ist es eine unbewusste Entscheidung, dann gestalten wir nicht. Und wir, also in der, oder ich sage wir, weil ich auch Wirtschaftspädagoge bin, erklärte, darum, wir in der Bildung haben es einfach in der Hand, dass wir die Bilder zeichnen von morgen. Also das steckt nicht umsonst drin in der Bildung. Die Bilder, die wir heute quasi den Menschen schon geben, was wir gestalten können, die treffen da rein. Das ist die selbsterfüllende Prophezeiung, glaube ich. Wir haben, das möchte ich vielleicht auch noch ganz kurz und sagen, wir haben in Österreich in den letzten Jahren so, so eine Tendenz, dass wir natürlich sehr viel über Aktionen gesteuert sind und da erwische ich mich immer wieder selber, wenn ich nachher wieder mal was kaufe, wo, dort steht, keine Ahnung, du zahlst zwei und kriegst drei und denke mir, das brauche ich eh oder eigentlich hätte ich nur eins gebraucht, aber jetzt ist das so reizvoll, dass ich mir denke, jetzt nehme ich das und dann passiert es mir daheim, dass ich mir denke, das brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr, aber jetzt ist es halt trotzdem zum Beispiel oder es wird mir sogar schlecht oder so irgendwas und mit dem, dass ich das getan habe, weiß ich aber eigentlich jetzt mit meinem Wissen, dass ich das total entwertet habe, das Lebensmittel, dass ich eigentlich den ganzen Wert genommen habe, weil das ja grundsätzlich irgendwer zahlen muss, muss der Landwirt bezahlen oder irgendwo in der Wertschöpfung muss da irgendwer für das zahlen und das ist so, wo ich mir immer denke, da darf man ein bisschen umdenken und da möchte ich ein Beispiel sagen, gerade beim Schweinefleisch, weil das ist was, was sehr, wir essen im Jahr 38,5 Kilo Schweinefleisch pro Kopf und jetzt wird der eine oder andere wird sich denken, nein, ich sicher nicht, ich habe mir das auch gedacht, ich habe mir gedacht, nein, ich sehe nur einen Schweinsbraten und vielleicht im Jahr maximal und dann vielleicht noch, ja, vielleicht einmal Schweinsmedaillons irgendwo beim Grillen, aber mehr als 38,5 Kilo, ich nicht, dann bin ich schnell drauf gekommen, naja, Schweinefleisch ist halt überall drin, im Schinken, in der Spekischwein, meistens, immer, dann in Wurstprodukte, verarbeitete Produkte auf meiner Salam oder auf meiner Pizza, was auch immer, überall, sogar bei uns, in alle Streichwürste und so weiter, überall haben wir eigentlich Schwein drinnen und da vergessen wir das voll oft und beim Schwein ist es so, dass wir in Österreich da ganz, ganz preissensibel sind, das heißt, wenn da Aktion ist, da laufen die Leute hin und kaufen ohne Ende und so ist zum Beispiel bei einem Handelsunternehmen, die haben uns das gesagt, wenn sie Aktion machen mit Schweinefleisch um 4,99 Euro ist Kilo, was ich schon sehr günstig finde, weil ich mir immer denke, wahnsinnig, ein Brot kostet fast mehr, das ist ein Fleisch, 4,99 Euro ist Kilo, da werden 17 Tonnen an einem Wochenende verkauft und wenn sie zwei Wochen später eine Aktion machen mit 3,99 Euro für das Kilo Schweinefleisch, dann werden 70 Tonnen verkauft und dann haben wir immer wieder so, bei Aktionen sind wir hingegangen und haben die Leute interviewt, was macht ihr jetzt mit dem Schweinefleisch, wie viele Kinder müsst ihr ernähren, so ungefähr und dann haben wir sehr viel gesagt, nein, ich bin eigentlich eh, ich bin ein Single, aber ich habe mir gedacht, wenn es jetzt so billig ist, nehme ich ein bisschen mehr, ja, aber wie viel ist da, ja, mal schauen, was wegkommt, kommt weg und das andere kann eh wegkommt, weil das hat eh nichts gekostet und genau das ist das, wo wir einfach hinschauen dürfen und sagen dürfen, wo tue ich das und auch weitergeben dürfen an die nächste Generation, schau hin, was du hast, wenn ein Tier für irgendwas sterben will, muss, dann soll es vielleicht nicht weggeschmissen werden, das finde ich eine ganz starke Aussage von meinem Sohnemann und so haben wir das auch als Rückmeldung gekriegt heuer im Herbst von einer HLW in Gröbming, da hat eine Lehrerin arbeitet schon länger mit unseren Filmen und die hat sich das Schwein angeschaut mit den Schülerinnen und die sind nachher, haben das am Schulschluss gemacht und haben nachher im September, wie es zum Schulgebiet war, haben sie gesagt, sie möchten gern beim Speiseplan ein bisschen mitreden und sie würden gern weniger Fleisch haben, kleinere Portionen, aber dafür möchten sie beim Fleisch, ein Fleisch, wo sie wissen, dass ein gutes Tier wohl dahinter gestanden ist und da hat sie nachher gesagt, Wahnsinn, sie hat sich gar nicht erwartet, dass das, wie es passieren kann und sie hat uns das dann auch gleich zurückgemeldet und wir waren echt beeindruckt, weil genau das ist eigentlich das, glaube ich, was das Wesentliche ist. Das heißt nicht, dass irgendwer zu irgendwas aufhören soll zum Essen, sondern einfach ein bewusstes Konsumieren dessen, was einfach einen gewissen Wert hat und einen gewissen Umgang mit Dingen, wo man einfach wertschätzt, was dahinter steht. das ist unser Ansinnen. Wir haben, wie gesagt, mit unseren Filmen und so weiter, schauen wir natürlich auch immer, dass wir in Schulen reinkommen, also sehr viele Lehrer dann unsere Inhalte auch verwenden. Wir sind in vielen der Medienzentren in Österreich mittlerweile mit unseren Videos vertreten. Wir haben über 100 Videos, die wir dort haben. Das Medienzentrum Niederösterreich arbeitet gerade Arbeitsblätter zu unseren Videos und so weiter aus, die, was nachher wir auch zur Verfügung stehen können und auch in den anderen Medienzentren zur Verfügung gestellt werden. Wir sind auf Schule.at zum Beispiel, kann man sich zum Milch, kann man Milchexperten machen, ist eher die Arbeitsunterlage jetzt für Mittelschule, aber wir werden in weiterer Zukunft sicher in die Richtung arbeiten, dass wir mit unseren Materialien auch wirklich gut arbeiten können, sich eine Hilfe für Stellung kriegen. Dazu habe ich auf jedem Platz quasi ein, darf ich das kurz nehmen, so einen Zettel hingelegt, wenn irgendwer interessiert ist an einem Newsletter, kann man sich gerne bei uns eben zu einem Newsletter anmelden. Sie kriegt dann als Pädagoge zweimal im Jahr ein Newsletter mit den Updates, welche Arbeitsunterlagen wir jetzt zusätzlich erstellt haben, an welchen neuen Lebensmitteln wir arbeiten. Zum Beispiel, aktuell arbeiten wir am Lebensmittelbier. Da habe ich schon die schönsten Diskussionen, ob das ein Lebensmittel ist oder nicht. Es ist unser erstes verarbeitetes Lebensmittel. Wir haben einfach gesehen, dass das eigentlich ein Ackergut ist quasi und deshalb möchten wir uns das anschauen und vor allem die Thematik Alkohol und so weiter. Das ist dann unser Hintergrundthema, was wir natürlich auch bearbeiten. Das nächste Lebensmittel ist noch ein Brot, wo wir Brotgetreide auch machen, Mehl und Brot. Das wird dann 2020 veröffentlicht, das Bier, am 1. August. Ja, also das ist quasi meine große Message, dass Sie alle einfach bewusst handeln dürfen, mit mir eingeschlossen, dass wir einfach ein bisschen mehr dahinter sehen, was man eigentlich jeden Tag so an Entscheidungen treffen, dass da eigentlich viel, viel mehr dahinter steht und dass man, wie gesagt, heute im jetzigen Augenblick eigentlich mit jeder Entscheidung das Morgen gestaltet und ich würde mich voll freuen, wenn Sie auch mit Ihren Schülern in die Richtung einfach unsere Materialien verwenden beziehungsweise da ein bisschen was in die Breite geben. Herzlichen Dank mal für Ihre Aufmerksamkeit und 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 für Ihre Aufmerksamkeit und die